Etienne Busquett-Kassagne liebt nicht nur Ralf Schumacher, sondern auch Igel. Auf seinem Instagram-Kanal macht der 34-Jährige klar, warum die stacheligen Tierchen ihm so sehr am Herzen liegen. Ralf Schumacher, 49, schwebt auf Wolke 7. Zwar ist er schon seit rund zwei Jahren mit Etienne Busquett-Kassagne, 34, zusammen, die beiden haben ihre Beziehung aber erst vor zwei Wochen öffentlich gemacht. Bisher weiß man noch nicht sehr viel über den Mann an der Seite des Ex-Rennfahrers, doch Stück für Stück kommen weitere Informationen ans Licht. Jetzt sind auch noch Fotos aufgetaucht, die beweisen, dass Etienne nicht nur ein Herz für Ralf, sondern auch für Tiere hat. Etienne ist ein großer Tierfreund. Wir sollten alle damit anfangen, darüber nachzudenken, ob wir nicht den Tieren in unserem Umfeld helfen können, schreibt der 34-Jährige auf seinem Instagram-Kanal. Ein wenig mehr Umsicht wäre schön. Die Igel brauchen unsere Hilfe. Dazu postet er ein zuckersüßes Foto von sich und einem Igel in der Igel-Station Bergheim. Glücklicherweise sind Ralf und sein Partner beide daran interessiert, die Welt zu einem besseren Ort für Tiere zu machen. Der 49-Jährige unterstützt schon lange den Igel-Verein Erft-Igel, ein Thema, das ihm sehr am Herzen liegt. Ralfs Liebe für Tiere geht sogar so weit, dass er vielen Tieren auf seinem Anwesen ein neues Zuhause geschenkt hat. Ich habe die Gelegenheit genutzt, mein Elternhaus wieder so herzurichten, wie es mal war. Ein Bauernhof mit vielen Tieren, verrät er im vergangenen Jahr im Interview mit Autobild. Schön, dass die beiden beim Thema Tierwohl auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Ob die Fans sich in nächster Zeit wohl über weitere süße Schnappschüsse freuen dürfen?